Liebe Vordenker und Vordenkerinnen, am 26.03.2024 um 12 Uhr ist es soweit. Dann bin ich Gast in der kostenfreien Webinar-Reihe der besten Redneragentur der Welt, Speakers Excellence. Ich werde dort einen Live-Vortrag halten und freue mich über zahlreiche Fragen von euch im Chat. Mein Thema. Daten als Treibstoff. Eine neue Ära der Entscheidungsfindung in der deutschen Wirtschaft. Stellt euch vor, ihr könntet in die Zukunft blicken und die Entscheidungen treffen, die euer Unternehmen nicht nur überleben, sondern florieren lassen. Klingt wie Zauberei? Ist es aber nicht. Es ist die Kraft der Daten. Ich bin Christopher Peterka, der Späher, und ich lade euch herzlich zu einem Brain-Food-Vortrag ein, in dem wir die transformative Rolle von Daten in der deutschen Wirtschaft erkunden werden. Daten als Treibstoff. Eine neue Ära der Entscheidungsfindung in der deutschen Wirtschaft. In diesem Vortrag werden wir enthüllen, wie Daten die Art und Weise revolutionieren, wie wir denken, planen und handeln. Von kleinen Start-ups bis zu globalen Konzernen, die Nutzung von Daten verändert das Spiel. Wir tauchen ein in die Welt der Big Data, KI und maschinellen Lernens und entdecken, wie diese Technologien es Unternehmen ermöglichen, präzisere Vorhersagen zu treffen, effizienter zu arbeiten und innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Ich zeige euch, wie führende deutsche Unternehmen bereits heute von dieser Datenrevolution profitieren und wie ihr dieses Wissen nutzen könnt, um eure eigene Zukunft zu gestalten. Dieser Vortrag ist eure Eintrittskarte in eine Welt, in der Daten der Schlüssel zum Erfolg sind. Ob ihr Unternehmer in, Geschäftsführer in oder einfach nur neugierig auf die Zukunft der deutschen Wirtschaft seid, es gibt etwas für jeden zu lernen. Verpasst nicht die Chance, an der Spitze dieser spannenden Welle zu stehen.